Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über eine mögliche Erhöhung des Leitzinses, die Bedeutung des Leitzinses für die Wirtschaft, sowie die möglichen schwerwiegenden Auswirkungen einer Zinserhöhung für die Immobilienbranche. Wenn euch diese Themen interessieren bleibt gerne dran. Für große Verunsicherung im Finanzmarkt sorgte kürzlich die frühere amerikanische Notenbankenchefin und aktuelle US-Finanzministerin Janet Yellen mit öffentlichen Bemerkungen über einen möglichen Anstieg der Leitzinsen. Nach Angaben von Yellen wäre dieser Schritt unter Umständen notwendig, um das Überhitzen der amerikanischen Wirtschaft aufgrund des neuesten Konjunkturprogrammes der Regierung zu verhindern. Die Tagesschau berichtete hierzu. Zitat. Es könnte sein, dass die Zinsen etwas ansteigen müssen, um sicherzustellen, dass unsere Wirtschaft nicht überhitzt, so Yellen. Dabei sprach sie von sehr moderaten Erhöhungen des Leitzinses. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Diese Aussagen führten dazu, dass die Kurse an der Börse kurzzeitig fielen. Die kontinuierlichen niedrigen Zinsen bedeuten für klassische Sparmöglichkeiten wie Sparkonten, Festgeld oder Tagesgeld schwierige Zeiten, sodass alternative Geldanlagen wie Aktien oder ETFs, für die meisten Menschen attraktiver sind. Bei Erhöhung der Zinsen könnten Anleger bei ihrer Vermögensanlage wieder eher zu klassischen Sparmöglichkeiten tendieren, um kurzfristig bei Zinsveränderungen zu reagieren. Schon seit Wochen diskutieren Experten, ob es in nächster Zeit eine Wende in der Geldpolitik der USA geben könnte. Ein Indiz hierfür könnte der Anstieg der Rendite für zehnjährige amerikanische Staatsanleihen seit Mitte letzten Jahres von 0,5 auf etwa 1,6 Prozent sowie das im März beschlossene Konjunkturprogramm der amerikanischen Regierung sein. Mit 1,9 Billionen Dollar beschloss die amerikanische Regierung das größte Konjunkturprogramm aller Zeiten. Durch das Pumpen dieser massiven Geldmengen in den Markt wird die Inflation kräftig angeheizt. Um dem entgegenzuwirken, könnte nun der Leitzins erhöht werden. Die Tagesschau berichtete hierzu. Zitat. Ein Wiederanstieg des in der Pandemie auf fast null abgesenkten US-Leitzinses erscheint damit programmiert. Um einen Crash der Aktienmärkte zu verhindern, müssen Notenbänker und Politiker das Zinsthema allerdings behutsam angehen. Denn ein Einbruch der Märkte wäre verheerend in einer Zeit, in der die Amerikaner mehr denn je ihr Erspartes in Aktien angelegt haben. Zitat Ende. Den Link zum Artikel findet ihr in der Videobeschreibung. Auch der FED-Chef, Jerome Powell, äußerte sich zu dem Thema und gab an, dass eine Änderung der geldpolitischen Maßnahmen und eine Erhöhung des Leitzinses erst in Betracht kommt, wenn die Inflationsrate über einen längeren Zeitraum über den anvisierten 2 Prozent liegt. Auch in Deutschland ist die Rendite der Anleihmärkte gestiegen, es gibt noch keine Anzeichen, dass die Zinsen steigen, doch mit dem weiteren Verlauf der aktuellen Krise könnte sich das ändern. Die Tagesschau berichtete hierzu. Zitat. Dagegen deutet in Europa derzeit nichts darauf hin, dass die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank demnächst beendet werden könnte. Allerdings sind auch hier die Anleihenrenditen gestiegen. Zehnjährige deutsche Staatsanleihen notieren aktuell bei minus 0,18 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit einem Jahr. Wenn sich die Renditen im Sommer der schwarzen Null annähern, könnte das auch in Deutschland Großinvestoren aus dem Aktien in den Rentenmarkt locken, glaubt Marco Bering, Leiter Asset Management der Fürstfugger Privatbank aus Augsburg. Zitat Ende. Mit dem Andauern der Corona-Krise wird weltweit immer mehr über steigende Inflationsraten berichtet. Auch wir haben dazu bereits ein Video veröffentlicht. Den Link hierzu findet ihr in der Videobeschreibung. Die lockere Geldpolitik und das massive Pumpen von Geld in die Märkte könnte also bald ein Ende haben und die Zentralbanken könnten eine Zinswende einschlagen. Welche Folgen hätte das für uns? Werfen wir kurz einen Blick auf das Grundsätzliche. Mit dem Leitzins steuern die Zentralbanken die Geldmenge im Währungsraum sowie die Geld- und Kapitalmärkte und legen fest, zu welchen Konditionen Kreditinstitute sich Geld leihen können. Mit Erhöhung des Leitzinses versuchen Zentralbanken eine stabilere Währung zu gewährleisten. Werden die Leitzinsen erhöht, steigen auch die Zinsen für langfristige Kredite und Wertpapiere. Da für Kreditinstitute das Leihen von Geld teurer ist, müssen auch Kunden diese Kostenerhöhung tragen. Somit sind die Kosten bei der Aufnahme der Kredite höher und die Nachfrage nach Krediten sinkt. Eine Erhöhung der Zinsen hat also zur Folge, dass die Sparrate steigt und die Investitionsrate sinkt. Neben einer Abschwächung der Konjunktur wird auch der Inflation mit der Erhöhung der Zinsen entgegengesteuert. In einer schwachen Konjunkturphase wird der Leitzins gesenkt. Das hat zur Folge, dass zwar angespartes Geld schlechter verzinst wird, aber auch dass Banken ihren Kunden Kredite mit niedrigen Zinsen anbieten können und somit die Nachfrage nach Krediten steigt. Kunden sind eher bereit zu investieren und aufgrund der schlechten Zinsen wird weniger gespart, das Wirtschaftswachstum wird gefördert und der Aktienmarkt wird belebt. Da bei niedrigen Zinsen Kunden sich mehr Geld leihen können und mehr Geld durch Einkäufe in die Wirtschaft fließt, wird bei niedrigen Zinsen auch die Inflation angeheizt. Seit März 2016 hält die Europäische Zentralbank den Leitzins bei 0%. Gerade im Bezug auf die aktuelle Corona-bedingte Geldpolitik und das massive Fluten der Märkte mit Geld, besteht die Möglichkeit, dass Zentralbanken in naher Zukunft versuchen mit der Regulierung des Leitzinses die Wirtschaft zu stabilisieren. Eine Erhöhung der Zinsen würde also dazu führen, dass Sparer höhere Zinsen für ihre Geldanlagen erhalten, aber Schuldner auch mehr für ihre Kredite zahlen müssen. Kritisch könnte dies vor allem für viele Menschen bei vereinbarten variablen Zinsen werden. So zum Beispiel bei der Finanzierung von Immobilien. Eine Veränderung der Zinsen für Immobilien oder für das Bauen verändern sich in der Regel schon bevor die Zentralbanken die Änderung des Leitzinses tatsächlich durchgeführt haben. Kündigt beispielsweise die EZB-Gespräche über eine Leitzinserhöhung an, reagieren die Märkte bereits mit einer gewissen Erwartungshaltung. Gerade im Bezug auf den aktuellen Boom im Immobilienmarkt stellt sich also die Frage, was uns erwartet, wenn die Zinsen steigen, denn aktuell erleben wir im Immobilienmarkt eine überaus hohe Nachfrage und immer weiter steigende Immobilienpreise. Selbst eine Zinserhöhung um nur ein halbes Prozent kann eine Baufinanzierung spürbar verteuern, wie das folgende vereinfachte Beispiel zeigt. Für ein Darlehen von 200.000 Euro werden bei einem Zins von 1,05 Prozent und zehn Jahren Laufzeit derzeit pro Monat 175 Euro Zinsen fällig. Steigen die Zinsen auf 1,5 Prozent, erhöht sich die monatliche Belastung bereits auf 250 Euro. Bei 2,0 Prozent Zinsen hätte sich der monatliche Betrag mit etwa 334 Euro schon fast verdoppelt. Für viele Menschen könnte dies in der aktuellen wirtschaftlichen Situation dramatische Folgen haben. Aufgrund der aktuellen Krise befinden sich viele Menschen in Kurzarbeit oder befürchten sogar bald ihren Job zu verlieren, da Unternehmen zunehmend die Umsatzeinbußen aufgrund der derzeitigen Beschränkungen nicht mehr abfedern können. Somit steigen seit Beginn der Krise die Zahl der Unternehmen, die in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, rasant. Erste Unternehmen sind zu Notverkäufen gezwungen und die Nachfrage nach Immobilien in verschiedenen Bereichen sinken, und mehr Objekte könnten zukünftig auf den Markt kommen. Neben Verlusten bei Wiederverkäufen ihrer Immobilien müssen Eigentümer auch mit einer Anschlussfinanzierung mit einem schlechteren Beleihungsauslauf, schlechteren Zinskonditionen und deshalb mit einer wesentlich höheren Monatsrate rechnen. Bei Änderung der Kreditvergabe und Zinsen können somit möglicherweise viele Menschen ihre Kredite nicht mehr bedienen, und immer mehr Eigentümer müssen ihre Immobilien verkaufen. Wer die plötzlich höhere Rate nicht tragen kann, muss verkaufen, und wer nicht schnell genug handelt, riskiert eine Zwangsversteigerung. Dies hat zur Folge, dass Investoren sich vermehrt aus dem Geschäft zurückziehen werden. All diese Faktoren führen dazu, dass der Markt mit Angeboten förmlich überschwemmt wird. Die Preise sinken weiter, noch mehr Finanzierungen platzen und im Gegensatz zum Angebot sinkt auch die Nachfrage immer weiter. Und was denkt ihr? Wird die EZB bald eine Leitzenserhöhung beschließen? Und wie werden die Folgen für den Immobilienmarkt sein? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, so dass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience